Ja, und da wären wir wieder zum nächsten Let's Play Together Torchlight 2. Letztes Mal haben wir die Tempelsteppe fertig gemacht, den Urquill-Tempel gecleert, Kräll getötet, die Bewächterin des Wassers gerettet und Spaß gehabt. Ganz viel Spaß. Ganz viel Spaß. Wie ihr schon hört, auf der anderen Seite wieder der Yumibi wie immer dabei. Hi Leute. Und diesmal geht es, wie hieß das Ding, Krähenpass. Soweit ich mich erinnere, erwarten uns hier nicht Krähen, sondern Spinnen. Da sind schon die Ersten. Joa. Ich mag die. Ich mag dich nicht, Spinne. Was musst du dagegen tun, ne? Kann sie nix tun. Sterben kann sie. Ja, jetzt hier... Die Gegend wird jetzt eisig, frostig. Kalt? Also, so wie zu Hause. So wie die Liebe meiner Eltern. Nein, Spaß. Meine Eltern haben mich ganz doll lieb. Wenn sie mich nicht gerade schlagen. Ja, das hört ja keiner. Ne, eben. Guckt sich eh keine Sau an. Oh, es hilft es. Da, 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 da. Ich se gerade, ich will gerade anstimmen. Demo mehr hast du schon ne Ding down. Könnt' ich wieder n' Hals kriegen da. Oh. Ah, lebt er noch. Das Licht ist so hell. Was macht hier so helles Licht? Das ist echt krass, ne? So ne kleine, kribbelige... Fackel. Fackel. Steinscheißhaufen. Dumm, 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 dumm. Wirklich hell. Das ist die Fackel Gottes. Das heilige Licht. Jutta, bring mir Kraft. Kiste. Kiste. Spinne. Tod und Verderben über euch alle. Also, über die Gegner, nicht über dich, Juni. Ja, versteh ich schon. Gut. Wir sind ja ein Team. Ja. Solange PvP aus ist. Das kann man ja natürlich auch nochmal machen. So ne Art PvP-special. Nimmst du die Quest hier gar nicht an? Doch, aber erstmal muss ich mich um die Tricksvieger hier kümmern. Level 14. DZ. Da kommt ja jetzt der... Was wenn es gehört denn Feuerbomb? Feuerskill. Toll. Ja, warte, warte. Toll. Feuerbomben. Juh, Bomben. Bomben sind immer toll. Ich mag Bomben. Die sind so bombig. So explosiv. So wie ich. Ah, diese kleinen Spinnen sind richtig nervig. Ja. Die können sie von uns schlecht anzielen. Eben. Da ist gut. Da macht man das. Babababam. Komm mal her und zeig mir die Feuerbomben. Ja, warte. Muss ich es mal machen. Frauen rufen an. Ich lege auf wie mein DJ. Juh. Juh. Kabam. Fett. Schieht ja mal nice aus. Jo. Na gut, dann Quest annehmen. Und rein da. Rinne. Rinne da, ja. Muss auch gar nicht lange fackeln da. Licht an. Licht an. Stimmt ja, das ist ja jetzt dieses Ding, wo du hier immer diese Kohlepickmann machen musst. Macht das dir eigentlich auch Schaden, wenn du durch mein Feuer rennst? Nö, klopp ne. Ja, scheiße. Wenn ich da durchrenne. Das müssen wir mal machen. Auf Hardcore. Und dann PvP an. Und dann Spam. Ganz zufällig stirbt dann einer. Mal gucken, wer als erstes seinen kompletten Char verliert. Das ist ja mies. Das wird schwierig. Ich glaube, da drehst du durch. Naja. Ich glaube, da hast du Angst, irgendwelche Zauber zu machen. Dann lässt du dich... Naja, nee, von den Monstertöten bringt dir ja auch nicht viel, weil da bist du genauso tot. Ah, Fledermaus. Ja, ich meine, wenn ich jetzt hier irgendwelche HAEs zaubere, dann zufällig... Du mit den Bomben, ey. Ja, eben. Ich will schon kommen. Wo gehst du hin? Den anderen Weg. Anderer Weg? Aus. Oh, nee, hier ist ja nichts los. Gut. Warte, nein, hier ist ein eingesponnenes Opfer. Ein Opfer. Opfer. Finde ich mal ganz lustig, die Opfer. Bei Ami 2. Die Opfer. Sex. Das ist Sex. Also Opfer. So, jetzt habe ich die Hose angelegt. Level 15. Woooo. 30% mehr Gold. 30%? Oh ja. What the fuck? Was willst du mit dem ganzen Geld? Ausgeben. Money, money, money. Ein Haus kaufen. Ein Haus kaufen. Weil Touchlights, Moment mal, falsches Game. Stimmt, ja, sind ja gar nicht die Sims. Spiel mir nicht die Sims. Das ist so realistisch alles. Warte mal, hast du gerade diese Icebikes gemacht? What? Nein. Dann habe ich mich verguckt. Jetzt. Nein, falsche Taste. Nein, das nicht. Aber aus dem Boden. Ah, verpisst euch, ihr kleinen hässlichen Spinnen. Fress das. Nimm dies und das, du böser Wolf. Boah, das ist eine Spinn. Was, schon, schimm mal. Ach nee, ist gar nicht der Boss. Nein, kleine Boss-Spinne. Der teilt sich dann auf. Muss ich mal aufpassen. Dagegen habe ich ja dann was. Bomben. Ich auch, ich kann dann nämlich auf die beiden dann Damage machen. Weil ich habe... Hä? Gut, so viel zu aufteilen. Naja, es sind zwei geworden. Hä, bei mir, ne? Bei mir schon. Hm. Ja, das sind wieder diese Problemchen, die man da hat. Ah, jetzt. What the f... Äh. Jetzt siehst du bestimmt, wie ich total bedattelt in der Gegend rumstehe und auf irgendwas rumkloppe, ne? Ja. Und einfach mal so kriege ich dann Ruhm. Genau dasselbe machst du jetzt auch gerade. Ich mach gerade gar nichts. Doch, du stehst jetzt gerade rum und spammst deine Feuerangegriffe. Egal. Weiter geht's. Muss erst mal warten, bis du dich eingekriegt hast. Jetzt. Ich bin schon hier vorn. Oh, ich glaube, ich gerade den Boss... Alter, schneide Träume einfach in zwei Hälften. Keine halben Sachen. Ha, ha, ha. Ich glaube, ich habe gerade den Boss kaputt. Hilf mir lieber. Bist denn du? Hier oben. Bist du schon bei der Bossspinne? Oh ja. Sag das doch. Hab ich doch. Du mir nicht zuhörst. Äh, ich kann die gerade irgendwie nie angreifen. Na, lag. Und die greift mich gerade überhaupt keine Spinner an. Hast du ein Glück? Irgendwas läuft dann nicht richtig. Sag mir, wenn ich Schaden mache. Hast du den gekillt? Nein. Noch nicht. Wieso habe ich dann Ruhm hoch bekommen? Äh, keine Ahnung. Strange. Ah, Juni, wie er bewegt sich. Das wäre ganz ratsam, denn... Die Spinne macht Schaden. Ich kann die immer noch nie angreifen. Was ist denn das für ein Scheiß? Die Winterwitwe. Wieso zecken die Spinnen erst jetzt hier hinten ab? Was ist das denn für ein Bug? Ist einfach nur leck. Aber ein tierischer. Geht ja mal gar nie. Was mache ich denn eigentlich gerade bei dir? Du rennst hin und her. Toll. Dann leckt es bei mir. Stirb. Die stirbt bei mir. Jetzt greifst du gerade was an. Ach, jetzt, jetzt, jetzt kann ich die auch angreifen. Hilf mir, Wolfi. Ja, mir ist jetzt tot. Ja, dann muss ich jetzt wahrscheinlich noch warten, bis ich die gekillt habe. Dann kriege ich noch mehr Ruhm. Kann natürlich sein. Hoffentlich. Noch mehr Reputation. Bei mir leben jetzt aber auch die ganzen kleinen Spinnen noch. Okay. Das läuft nicht nach Plan, würde ich mal sagen. Was ist der Plan? So, jetzt ist er tot. Winters Mantel. Ha. Diese Wortspiele, die sie sich eingefallen lassen haben, die sind zu episch. Epik. Vielleicht wird es besser, wenn wir den Dungeon liefen. Dann, wir sehen. Du darfst dann nicht vergessen, dort hinter zu gehen. Hinter, hinter, hinter. Nach der Postruhe. Könntet ihr mir helfen? Und dann, ja, weiter hinter zu gehen, den Weg. Da wartet diese komische, äh, Roboter-Trommel hier. Roboter-Teil. So eine Roboter-Trommel, ist das irgendwie. Ich hab's. Und wenn du dann nämlich von dem Ding alle Teile hast, dann, ich geh schon mal an die Oberfläche, aber dann kannst du zum Beispiel, äh, du hast ja Torchland 1 gespielt. Ja. Und da war doch dieser seltsame Roboter, der dir immer diese, äh, Quest gegeben hat, den und den Mob zu töten. Das kann sein, ja. Ach, das ist ewig, ja. Und den bastelst du dir dann daraus zusammen? Äh, als Begleiter, oder wie? Äh, das weiß ich gar nicht, ob, ob als Begleiter, oder einfach so, als Questgeber. Ich weiß es nie. Ja. Also, so hab ich das nur im Internet gelesen, geschafft, das hab ich auch noch nie. Schon. Bist du draußen? Nein. Ah, zwei Handschwerden. Blablabla. Ah, zwei Handschwerden. Schreibt ihr eigentlich die Woche noch was? Ja. Info. Am Donnerstag. Ihr habt beim Herrn Barchmann, oder? Jo. Okay. Ja, wir schreiben noch Chemie in der Arbeit. Über Sacharide. Mhm. Ich hab das Gefühl, dass es dich gleich kicken wird. Ja, glaub ich auch. Wir warten ab. Das ist das wirklich das einzige Manko, dass ich bei dem Multiplayer hier irgendwie, dass das so, ja, wie soll man sagen? Es ist jetzt nicht verbuggt, aber es funktioniert nie wirklich, oder nicht wirklich immer. Ja, es gibt so, ja. Gibt halt immer wieder solche Problemstellen, ne? Ganz am Anfang, immer. Ja. Wenn man erstmal den Server hüsten will, dann, dass die Freunde auch wirklich in der Freundesliste bleiben. Ja. Hast du eigentlich auch Black Ops? Äh, ne. Schade. Ich hab heute Far Cry 3 gekriegt. Cool. Jo. Ich weiß nicht, ob ich davon auch erstmal auch Let's Plays machen muss. Muss? Müsste ich? Muss? Doch, du musst. Ich werde dazu gezwungen, neben mir steht ein Hase. Ohne. Hilft mir. Na ja, geht der Multiplayer? Oder wie? Ähm, weiß ich nicht, ob es dafür schon auch einen Crack gibt. Oh, oh, jetzt hab ich's gesagt. Oh, oh, scheiße. Ihr habt nichts gehört. Ihr habt nichts gehört, sonst kommt der Hase zu euch. Sonst kommen wir mit dem Blitzding, Bums. Bzz. Ja, genau, von mit dem Black Wupp. Ja, okay, also irgendwie häng ich fest. Rutscht bei euch auch ständig der Schnee von der Decke, äh, vom Dach runter und du denkst, neben dir schlägt grad ne Bombe ein? Nein. Bei uns ist relativ viel wieder getraut. Naja, das meine ich ja. Und gerade weil das taut gestern den ganzen Tag gedacht, krrpff. Krrpff. Höhöhöhöh. Ich will nur zocken. Aber uns endlich nie. Ragequit. Was? Ragequit. Ganz kurz, bloß. Nein. Michi, es geht nicht. Ja.